Verdienstvoll und zutreffend berichtete Monitor vor einer Weile über die Proteste der Menschen in Frankfurt gegen die Rettung der Banken und die Rettungspolitik der Parteien. Die Polizei schützt die Banken vor der Bevölkerung. Warum ist es aber nicht umgekehrt? Warum schützt niemand die Bürger vor den Banken? In Spanien geht eine ganze Generation auf die Straße. Sie fühlt sich von ihren Politikern nicht mehr vertreten. In Griechenland wackelt das ganze politische System. Monitor nennt die Profitgier der Banker als eigentlichen Grund für die Finanzkrise 2008, die das Finanzsystem nach unten riss. Innerhalb weniger Wochen wurden damals 10 Billionen Dollar verbrannt und 22 Millionen Arbeitsplätze vernichtet. Es war die Finanzwelt, die der Politik ihre Regeln aufzwang. Die Steuerzahler zahlten viele Milliarden, denn die großen Banken behaupteten, ohne sie bräche die Welt zusammen. In diesem Bericht, der in aller Kürze die Ursachen und Wirkungen der Finanz- und Eurokrise darstellte, breitete dann leider auch noch Professor Ulrich Beck, Professor der Soziologie und Gastprofessor an der London School of Economics, seine gut gelaunten Ablenkungen aus. So warnte Beck angesichts der Verhältnisse vor den Folgen für unsere Demokratie. Offenbar kann auch ein Professor der Soziologie so weit die Verhältnisse aus den Augen verlieren, dass er ernsthaft der Meinung sein kann, wir hätten eine Demokratie. Was wir haben, ist doch ein real existierender Parlamentarismus und Demokratie bankrott. Und gerade aus diesem Grund musste vor kurzem der ehemalige Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, eine außerparlamentarische Opposition fordern, weil eben diese Demokratie nicht mehr funktioniert, und zwar über fast alle Parteien hinweg, wie die Abstimmungen im Bundestag zum ESM und zu den Milliardenhilfen für Spanien und so weiter gezeigt haben. Henkel sagte mit Blick auf die Abstimmung des Bundestages zum ESM, es ist auch eine Blamage für die Abgeordneten, denn den wenigsten von ihnen war wirklich klar, für was sie sich da entschieden haben. Jetzt ruht die Hoffnung auf dem Bundesverfassungsgericht, aber darauf sollten wir uns nicht verlassen, denn wenn der Bundestag in so eklatanter Weise gegen den dokumentierten Volkswillen entscheidet, hilft nur noch die außerparlamentarische Opposition. So lange, bis solche Parteien im Bundestag einziehen, die sich für eine alternative Europolitik und ein föderales Europa und damit für die Mehrheit des Volkswillens einsetzen. Und im Juli 2012 wurde Professor Wilhelm Hankel im deutschen Anlegerfernsehen zum Stand der Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen den ESM befragt und sprach Bemerkenswertes über die Qualität unserer politischen Führung. Bestätigt, aber vor allen Dingen immer wieder enttäuscht über die Qualität unserer politischen Führung. Was ich dort gehört habe von Abgeordneten des Deutschen Bundestages, ist eigentlich beschämend. Wissen die Bundestagsabgeordneten, was sie tun oder was sie sozusagen beschlossen haben? Genau das hat das Gericht wiederholt. Jeden Einzelnen befragt. Wisst ihr eigentlich, was ihr da beschlossen habt? Und da war einer eigentlich, einer von vielen ehrlich und hat gesagt, hohes Gericht, glauben Sie doch nicht, dass deutsche Abgeordnete Einfluss auf die Texte haben, die man ihnen vorlegt. Sie haben eigentlich nur die Wahl zu unterschreiben oder zurückzuweisen. Und die wenigsten trauen sich natürlich so etwas zurückzuweisen. Na klar trauen sich die Parlamentarier nicht, die Befehle ihrer Parteioberen zurückzuweisen. Sie möchten natürlich nicht ihre Karrieren und Pensionsansprüche riskieren. Auf diese Problematik wies ja auch David Icke sehr zutreffend hin. Aber eine Demokratie ist es nicht. Soweit sollte doch zumindest ein Professor der Soziologie den Zustand unserer Republik durchschauen. Zudem ist diese Demokratie doch allerspätestens vernichtet worden als, gegen den Willen des Volkes und daher völlig undemokratisch, die D-Mark abgeschafft und der Euro eingeführt worden ist. Und gerade eben im Fall der nicht gewählte italienische Premierminister und ehemalige Goldman Sachs-Banker Mario Monti allen Regierungschefs der Eurozone mehr Unabhängigkeit von den jeweiligen nationalen Parlamenten. Na klar doch, diese Parlamente, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist, sind dieser EU-Diktatur, Verzeihung, dieser großartigen Maßnahme zur Völkerverständigung, die EU genannt wird, natürlich ausgesprochen lästig. Aber was hat das mit Demokratie zu tun? Beck meinte, in dieser Lage entsteht so etwas wie vorrevolutionäre Situationen, wie in der DDR. Keiner hat erwartet, dass das so schnell zusammenbrechen kann. Was möchte Beck den Zuschauern weismachen? Dass Europa plötzlich so wie die marode DDR in sich zusammenbricht? Nein, das hat allerdings keiner erwartet. Niemals wäre Europa zusammengebrochen ohne dieses Zwangskonstrukt einer gemeinsamen Währung, dem Euro und allen wirtschaftlichen Ungleichgewichten dieser Völkergemeinschaft, die damit zusammenhängen. Und niemals würde Europa so vor dem Zusammenbruch stehen ohne die Ereignisse der Finanzkrise. Aber dieses alles nun mit dem Zusammenbruch der DDR in einen Topf zu werfen, wie Professor Beck es tut, dazu gehört schon eine Menge politisches Unverständnis. Man kann es doch an den verschiedensten Stellen nachlesen, dass es sich bei der sogenannten Finanzkrise nicht um einen Unfall handelt, sondern um einen gezielten Wirtschaftskrieg der anglo-amerikanischen Finanzoligarchie gegen Europa. Und natürlich kann man so etwas heute wissen, vielleicht nicht als Professor der Soziologie, aber als ein Mensch, der mit offenen Sinnen und gesundem Verstand durch die Welt geht und sich aus den verfügbaren, unabhängigen Medien, vor allem im Internet, die nötigen Informationen besorgt. Diese vorrevolutionären Verhältnisse entstehen nicht einfach so, sondern weil die Politiker inklusive alle auf diese vertrauenden Teile der Gesellschaft nicht auf die wirklichen Ursachen hinsehen wollen, das heißt, genauso in Illusionen verhaftet sind wie Professor Beck. Andere jedoch zeigten mit Blick auf diese vorrevolutionären Situationen, die plötzlich und unerwartet in Europa entstehen sollen, sehr viel gesünderen Menschen verstand als Beck. So erwähnte ich im Juni 2011 zum Beispiel den Autor Rolf Hochhuth. Dieser sprach von dem großen Verhängnis der EU, die nämlich zugunsten der Wirtschaft den Einzelnen immer mehr entrechtet. Und ich glaube, das ist die Forderung unserer Zeit, wenn wir, also ich von mir sicher nicht rede, aber die Generation ihrer Kinder, meiner Enkel, wenn die nicht eine soziale Revolution lostreten, dann wird die EU, deren ganz großes Verhängnis in diesem Buch von Ottmar Schraner herausgestellt wird, weil sie nämlich zugunsten der Wirtschaft den Einzelnen immer mehr entrechten, das Hauptproblem wahrscheinlich unserer Epoche. Dann, das kann nur auf einem gewaltsamen Wege revidiert werden, das heißt, durch eine Revolution und nicht durch parlamentarische freundliche Beschlüsse, die immer liebenswürdig sind und niemals etwas bringen. Aber das ist doch mal ein Schluss. Die Österreicher, die ja auch zur EU gehören, fassen diese Notwendigkeit einer Revolution bereits sehr realistisch ins Auge. Sie sind der Ansicht, eine Reformierung der politischen Verhältnisse sei auf normalem Wege nicht durchführbar. Man benötige daher einen Umsturz. Der österreichische Standard schrieb, 57 Prozent der Befragten sagten diese Woche in einer Marktumfrage für den Standard, Österreichs Politik sei langweilig und uninteressant. Ebenfalls 57 Prozent, zu etwa zwei Dritteln dieselben Personen, erklärten, dass das politische System nicht reformierbar sei und einen Umsturz brauche. Mittlerweile hat der österreichisch-kanadische Unternehmer Frank Stronach, der ein Befürworter befreundeter Völker Europas, jedoch ein entschiedener Gegner einer europäischen Gemeinschaftswährung, also des Euro ist, in Österreich eine Partei gegründet, die beachtliche Unterstützung findet. Während die Österreicher in dieser pessimistischen Einschätzung der Lage offensichtlich schon so weit sind, dass sie einen politischen Umsturz für unumgänglich halten, sind die Deutschen nach einer von der Financial Times Deutschland zitierten Studie nahezu unbekümmert. Diese schrieb, Glücklich sind die Deutschen, die Wirtschaft wächst und die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie lange nicht. Und das stimmt sie hoffnungsfroh fürs kommende Jahr. Die Fußball-Europameisterschaft bessert die Stimmung zusätzlich auf. Doch die Stimmung hat sich verändert. Jetzt machen sich nur noch drei Prozent der Deutschen große Sorgen um ihre Zukunft. Sechs Prozent sind eher in Sorge. Die restliche Bevölkerung ist nahezu unbekümmert. Um nicht missverstanden zu werden, ich plädiere nicht für einen Umsturz und ich rufe nicht zu einer Revolution auf. Aber ich bin, wie Hochhut und viele andere, überzeugt, dass schlimme Verhältnisse kommen werden, wenn nicht sehr bald sich ein größerer gesellschaftlicher Konsens für Gegenmaßnahmen und für konstruktive Veränderungen sich einstellt. Diese müssen auf wirtschaftlichem, rechtlichem und geistigem Gebiet vollzogen werden. Und sie müssen eben vor allem darin bestehen, die mit dem Wirtschaftsleben verfilzte Politik zu trennen und dazu ein selbstständiges Geistesleben zu etablieren. Jeder wache Blick in die Welt liefert doch anschaulich die Phänomene dazu und bestätigt dies. Nur müssten die richtigen Konsequenzen für eine neue Gesellschaftsstruktur daraus gezogen werden, wenn die pessimistische Perspektive eines gesamtgesellschaftlichen Niedergangs nicht Realität werden soll. Nichts anderes wird helfen, als die Trennung der unheilvoll miteinander verbundenen Bereiche Politik und Wirtschaftsleben in absolut selbstständige Bereiche. Das heißt, ein selbstständiges Wirtschaftsleben, ein selbstständiges Rechtsleben beziehungsweise Politik, also das, was man bis jetzt als Staat bezeichnet hat. Und dazu muss die Etablierung eines völlig freien Geisteslebens kommen. Das für dieses Nichthaben ist in Wirklichkeit die Wurzel der geschilderten Probleme.